servus liebe world of warcraft freunde und willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal und wir machen mal weiter mit ein paar class und packt changes auf dem ptr die aktuell so aktiv sind und auf den live server übergehen könnten heißt es gibt für einige klassen buffs es gibt nerves es wurden packt fähigkeiten angepasst und wir wollen uns das ganze mal gemeinsam anschauen um zu sehen was uns denn in zukunft auf dem live server erwarten könnte wenn euch das video gefällt lasst ein like und ein abo da und aktiviert die glocke und damit starten wir direkt rein das ganze gibt es noch nicht auf deutsch und dementsprechend müssen wir teilweise mit englischen namen arbeiten aber ich denke das kriegen wir trotzdem hin wir fangen erst mal an mit dem flash craft also dem schild der nekrolords welches deutlich größer ist nun und während ihr es aufladet einen größeren damage reduce bildet in dem fall wird von einem schild in höhe von 40 prozent eurer maximalen gesundheit gesprochen und während ihr das kanalisiert ist euer erlittener schaden um 30 prozent reduziert heißt also wir laufen im moment mit rund ja teilweise mit hohem mythic gier 38 39k rum also dürfte das schild dann teilweise so um die weiß ich nicht zwölf bis 15k live sein das ist schon mal ganz ordentlich zumindest als passiver effekt dann haben wir den todesritter dort wurden die packt fähigkeiten von den night fey und der kyrianer gebufft heißt also machen mehr schaden so dass todesritter zukünftig mehr auswahl haben sollten in dem sinne was sie als pakt spielen ich habe mich auch mal mit dem todesritter aus unserer gilde unterhalten und er meinte dass zumindest die night fey in zukunft interessant werden könnte für unholy aber wir werden sehen dann haben wir demon hunter da ist auch die nekrolord packt fähigkeit neu überarbeitet wurden in zukunft sieht es so aus dass eure schadens fähigkeiten die chance haben einen dämonen aus dem theater der schmerzen zu beschwören wenn ihr die gläwe werfen fähigkeit auf diesen dämonen einsetzt explodiert dieser und macht schaden in höhe von 175 prozent eurer angriffskraft und halt euch für 25 prozent eurer maximalen gesundheit klingt ganz interessant wie das in zukunft aussehen wird werden wir sehen ich denke da wird es dann auch wieder sims geben die zeigen werden ob diese fähigkeit sinnvoll ist oder nicht dann haben wir zwei soul binds beziehungsweise conduits den fell defender und repeat decree für den rachsucht dämonenjäger wurden diese beiden genervt also da wurde ein bisschen abgeschwächt wir haben den troiden die nekrolord packt fähigkeit das ist dieser schwarm gewesen der die der schaden gemacht hat und die wirksamkeit eurer dots quasi erhöht hat und der ventia conduit endless thirst der eure der die ventia packt fähigkeit letzten endes gebufft hat wurden ebenfalls noch mal gebufft ich glaube aber trotzdem nicht zumindest für eulen dass diese änderung nekrolord oder ventia auch nur annähernd so stark machen werden wie beispielsweise die neidfee für eulen wie gesagt dann haben wir verjüngung der zauber wurde gebufft und macht in zukunft mehr heilung nehmen wir mit ist ganz nett dann haben wir den hunter auch hier die nekrolord ability und die ventia ability wurden gebufft und wir sehen schon dass blizzard ein bisschen in die richtung geht dass die spieler mehr auswahl haben sollen in sachen pakte und nicht nur ihren besten slot packt quasi nehmen deswegen sehen wir auch bei den mages die nekrolord ability die der ventia und die der kiriana wurden enorm gebufft oder wurden gebufft streichen wir das enorm denn auch magier sind eine klasse die rein ausschließlich auf die neidfee zurückgreifen der mönch da haben wir den erneuernden nebel und beleben kosten zukünftig weniger heilung ja weniger heilung weniger mana meine güte bin etwas durcheinander noch paladin haben wir den heiligen schock kostet zukünftig mehr mana also paladin ist ja sowohl im pve als auch im pvp eine klasse die sehr sehr schwer out of mana geht ob das was dazu bringt werden wir sehen aber auf jeden fall soll paladin nicht mehr einfach ohne weiteres mana raus ballern können und dann haben wir auch hier den hammer der nekrolord packt fähigkeit wurde für den paladin gebufft wir haben den priester spirit shell die hülle die ein schild aufbaut wurde genervt war wohl zu stark dann haben wir zwei legendäre effekte den kuss des todes und cauterizing shadows wurden gebufft und die neidfee packt fähigkeit wurde ebenfalls gebufft für den priester beim schamanen haben wir das gleiche spiel die neidfee packt fähigkeit die der kyrianer und die nekrolord fähigkeit wurden gebufft grundlegend damit auch der schamane etwas mehr auswahl hat und wir haben das blitz schild heißt es glaube ich auf deutsch wurde ebenfalls gebufft und macht zukünftig mehr schaden wir haben den warlock malefic rapture das ist der neue spell der in diesem addon hinzugefügt werde ich komme gerade nicht auf den namen wurde genervt scheinbar zu stark also ein kleiner kleiner nerf für gebrechen hexer und dazu gibt es eine ein buff für die packt fähigkeit der vent hier und beim krieger wurde die fähigkeit der nekrolords ja überarbeitet heißt jetzt banner des eroberers auf deutsch am ende steht congress banner also sobald das banner gestellt wird bekommen an 400 mastery und 30 prozent erhöhten movement speed man selber und zwei nahe verbündete und es wird verhindert dass der movement speed unter 100 prozent gedrückt werden kann in diesem sinne sind wir weitestgehend durch mit den packt nerfs buffs klassen nerfs buffs und so weiter wir haben jetzt hier in dem artikel noch ein paar soul bind abilities aber ansonsten gibt es da nicht mehr allzu viel zu zu sagen der ganze artikel ich verlinke ihn euch auch noch mal in der video beschreibung der wird immer überarbeitet wir sehen also für ein video jetzt jede klasse hier vorzulesen wäre etwas viel muss man sagen aber hier sieht man beispielsweise noch mal dass die wie dieser schwarm gebuff wurde beispielsweise beim druiden anstatt 126 prozent der spellpower macht der 157,5 prozent ja also es sind letzten endes die änderungen die wir oben gelesen haben nochmal im detail beispielsweise mit prozenten dahinter und für torgas gibt es teilweise auch neue und überarbeitete anima powers die stehen hier auch nochmal drin kann man sich dann gerne nachlesen wenn man möchte in diesem sinne bedanke ich mich bei euch fürs zusehen hoffe das video hat euch gefallen ich werde euch auch weiterhin auf dem laufenden halten über alle anstehenden änderungen mit patch 9.0.5 und in diesem sinne wünsche ich euch noch einen schönen tag lasst es euch gut gehen und reingehauen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal